Phil? Ja? Was reimt sich auf Advent? Äh, Agent? Wieso bekommen wir eigentlich immer diese Map, wenn ich mit ihr spiele? Ganz ehrlich, ich hab kein Offering dabei, aber ich liebe diese Map. Wo bist du eigentlich? In diesem Haus, äh, im Keller. Dann bist du in der Vorschule selbst drin. Ne, 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 äh, Haus mit Keller und, äh, Auto. Grappier, aber wo bist du? Wir haben einen Totum gerade gemacht. Oh, hi Mark. Ah, da, hi. Hallo. Oh, da kann man gut head-on machen. Ja, ja, ja. Oh, da hinten ist der... Oh, sogar mit dem Skill. Oh, wohl. Ich bin hängen geblieben. Denk schönes Kind. Okay, okay. Jetzt geh den in den Schrank? Ich hole den in den Schrank. Da wo zwei sind. Da wo zwei sind. Ja, in der Mitte, ne? Hast du die Palette schon gemacht? Ja, musste ich, musste ich, sonst hätt sie mich verletzt. Okay. FBI, hopp! Ist mir wirklich leid. Bang. Warte, jetzt gehe ich in den Schrank? Ja. Da müssen wir abhauen. Müssen wir flitzen gehen. Oh, sie geht außen rum. Oh mein Gott. Sie hat's einfach gecheckt. Ah, doch. Oh, doch, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Im Zweifel habe ich der, ist kein Problem. Sie hasst nicht, sie hasst nicht. Ich bin mal ganz kurz weg und gebe ihr das Special. Oder nicht? Ist sie hier? Ja. 360, Umbu, Umbu! Nice. Ja, da gibt's, da gibt's ja einen Schrank. Nice. Sag Bescheid, wenn ich denk. Oh mein Gott. Oh, bitte, oh nein, ich bin an so einem Ding hängen geblieben. Bist du noch in der Schule? Ja, ich lauf' dort wieder hoch. Oh mein Gott. Wo soll ich hin? Ich komm, ich komm rein, warte noch, warte noch. Ah, ich bin wieder kurz rausgegangen. Ja, bist du vorne oder hinten raus? Vorne, okay. Ähm, geh nochmal rein. Ich bin bei diesen zwei Schränken, weißt du wo? Ja, ne, der hat mich jetzt noch durchgelassen, glaube ich, oder? Okay. Oh, der Gen ist schon gemacht. Nein. Jetzt geht die Suche los. Ähm, Killer-Check. Killer-Check, okay. Da gab's einen. Falsch Richtung. Ähm, ich bin grad voll orientierungslos. Oh, hier gibt's auch viele Schränke. Ey, der im Schuppen ist richtig witzig. Da kommen Erinnerungen hoch, die... Erinnerst du dich noch an diese Trickster-Runde? Oh mein Gott, da kam sogar das geile Intro von mir. Das ist geblendet, warte, ich blende ihn wieder. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Er ist ein Mindgamer. Da war die Palle halt so. Achtung! Ja, ja, ist egal. Get back, Demon. Nein, sorry. Oh mein Gott. Wenn's so weitergeht und es ist wirklich nur ein Gen noch übrig. Oh, sie kommt. Oh, sie kommt. Oh mein Gott. Warte. Oh. Oh mein Gott. Warte, ich geh in den ersten Stand, du weißt welchen. Ja. Oh mein Gott. Ah, sie dachte. Ah, sie weiß Bescheid, sie weiß Bescheid. Sie setzt eine Krähe. Ja! Let's go. Warte, geh du jetzt in den Schrank? Oh nein. Bist du drin? Äh, nee. Warte, warte, sie kommt jetzt wieder von vorne. Weiß ich weiß, wie sie weiß ist. Ich weiß, was Bruder. Danke, Mac. Oder ich mach einfach kurz den Gen fertig. Mhm. Scheiße, nee, ich werd den Gen nicht fertig machen. Oh, das war knapp. Du hast nicht gecheckt. Nein, wo bist du? Ich dachte, du bist hier. Nee, 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 nee. Ich bin weggelaufen. Schneller und leise hat gerade eben meinen Arsch gerettet. Und ich bin wieder an dem Gen, den wir, äh, an dem wir waren. Ah. Ach, da bist du. Hallo. Du hast disconnected. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie mir hinterherläuft. Haha. Wissi, weißt du das? Äh, ja, bei ihm. Okay, sie ist dort, okay. Da ist ja schon, oder? Ja. Okay, lauf, 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 lauf. Ist hinter dir? Nee. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da ist sie, okay. Uff, oh mein Gott. Wir zwei müssen den Gen fertig machen. Die ist einfach mega gut. GGs. Ihr schafft das, ihr schafft das. Das wäre witzig, wenn sie jetzt kommt, ne? Sie sucht halt die Luke. Why are you bullying me? Nice. Das war knapp. Such die Luke, glaube ich, überlebe. Ich suche. Kurz meine Ohren spitzen. Nice. Okay. Ich habe hier gar nichts mehr, oder? Doch, die Luke habe ich. Oh mein Gott. Doch, die Luke habe ich. ARD Text im Auftrag von Funk